ja hallo hier ist wieder euer gamer und wir haben jetzt wieder eine kleine tour oder wie das heißt da keine ahnung also ich kann kein aber ich spreche da und fahren wir nach wie heißt das die sali wie gesagt die sind so richtig aber wie gesagt ich fahre da jetzt mal hin in 300 kilometer genießt die fahrt ihr mal und wenn ihr noch anregungen habt alles immer rein in die kammer da wobei guckt euch das mal ist das nicht schön so ein ding das man doch gleich mal mit so kann man die hänger auch reinnehmen das wird das nicht passiert das passiert gott sei dank habe ich so jetzt kommen wir natürlich wieder haufen autos alles aber man kennt sich da bisschen die haben öl geladen ja das ist so ein ding Auch genau, natürlich, wie geheißen. Ich sehe nur Beißer heutzutage. Die Strecke. 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 was kommt und man muss viel zu viel sage ich mal So, ausgehen. Mal, dass wir die 300 Kilometer ganz normal wegkriegen, ohne Unfälle und alles. Die Werkstatt war schon gewesen, vom letzten Mal. Alles repariert waren natürlich auch wieder 8000 Euro Schaden. So, und das ist wieder auf dem Geld für mich. Obwohl meine Firma soll ja auch wachsen. Was haltet ihr überhaupt davon? Ich will mir den Gedanken mir einen LKW zu kaufen. Haltet ihr davon, was für einen LKW ich nehmen soll? Rania, DAF, Mercedes, wie auch immer. Könnt ihr gerne meine Kommentare schreiben. Und ja, dann werde ich mit den Sand kaufen. Und ihr entscheidet, welchen LKW ich nehme. Schreibt es einfach in die Kommentare rein. Und dann werde ich das nächste Mal nehmen. Und vor allen Dingen lasst ein Like da. Abonniert mich vielleicht, wenn es euch interessiert. Genießt die Fahrt. Glocke drücken natürlich. Das kostet euch nichts. Das ist fast da los. Und ja. Und wenn ihr Lust und Bock habt mit Spielen mit mir, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich bin auf Twitch und Coop. Und ja. Verwältet euch einfach. Ich spiele normalen Multiplayer auch im normalen Spiel. Also nicht bei Mb. Packers Mb. Aber. Ja. Aber. Aber zum Einigen. Die Zeit fahre ich hier auf diesem Profil nur äh. Quale Standard-Maps. Gute, ich müsste die alle haben. Und ja. Und ich freue mich, wenn sich da ein oder andere Mb. Vielleicht Lust hat mitzufahren. Oder. Ja. Wird man sehen. Wie gesagt. Über einen Kommentar würde ich mich auch gerne freuen. Auch über Kredit. Positiv oder negative. Je nachdem. Aber. Vor allen Dingen. Seid anständig. Wenn ich hier äh. So. Glimme Worte so zu schreiben. Oder so. Ja. Ihr wisst schon. Wie. Wie. Weil es sind auch Kinder dabei, die das mit anzusehen. Ja. Ja. Fahrt auch zu. Ja. Immer anständig sein. Wenn ich mich auch nicht kenne. Ah. Ja. Jetzt stehe ich halt hier, ne? Der Kollege hat gemeint, der müsste eine Pause hier machen. Kaffee trinken. ja bitte geht auch respektvoll miteinander um und daher passt wie gesagt wenn einer interesse hat oder so davor gar nicht zu bleiben bei mir mal sehen was wird Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir gehen nach rechts ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 ich hoffe ja nur dass ich dann auch und zwar das ja auch blöd Das geht gut. Ja, das geht gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Rechts halten. Rechts halten. So, haben wir es gleich geschafft. Über 20 Kilometer. Bis jetzt läuft ja alles gut. Und erstmal, dass die Firma nicht wartet, jetzt wieder wie das letzte Mal, dann ist natürlich wieder, hält weg. Und dann ist das gleich. Und dann ist das gleich. Und dann. Mingen wir links ab. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020